Hallo Zwei-Tomate-Team! Hier ist euer Zuhörer Nummer 37 und ich heiße Archie. Und ich schreibe euch hier diesen Brief, weil heute kam keine Folge Kuckuckuck. Und das finde ich doof. Ihr seid doof. Warum denn nicht? Mann, was soll ich denn machen jetzt? Voll doof. Also ich dachte, ihr macht das täglich oder wie? Ist das so anstrengend oder was? Ihr müsst doch einfach nur ein Mikrofon-Knopf drücken. Einfach hier sowas hier. Klicky. Mann! Also ich hoffe auf jeden Fall, dass alles gut ist bei euch vielleicht. Seid ihr krank oder wie? Naja, also und dann, dass vielleicht dann nächstes Mal wieder eine Folge kommt oder wie? Ja, und ich würde, ich fände es gut, wenn ihr mal so ein bisschen, so die besten, vielleicht die besten Spielzeuge, die es gibt, mal besprechen könntet. Und vielleicht die coolsten, die coolsten Spielplätze für, wenn sie wieder offen sind auf der Welt. Und was ist euer Lieblingsplanet? Und so. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dann bald nicht mehr so doof seid und wieder eine Freude kommt. Okay, also hier, also liebe Grüße, auch von meinem Fell sind ich Butschi und bis dann, euer Archie. Tschüss!